Eines der größten Geschenke des Lebens ist das Schenken des Lebens selbst. Wir, die CTS, sind Wegbereiter. Ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Der Wunsch, Leben und Liebe zu schenken, verbindet uns. Jeden Tag sind wir Frühstücksmacher, Bauassistenten oder Telefonberater. Unsere Jobs sind Lachen, Erklären und Trösten. Wir bieten ein sicheres Umfeld und sind da für die Liebsten. Für die Großen, die ganz Großen und die Allergrößten. Den Druck im Alltag lernen auch unsere Azubis schnell kennen. Unsere Mittel dagegen sind Humor, Empathie und ein starker Zusammenhalt, vor allem in schwierigen Situationen. Wir sind Wegbegleiter und immer hilfsbereit zur Stelle. Von A wie Ambulanz bis Z wie Zwerchfell. Wir drücken Daumen und Enten. Es macht keinen Unterschied, ob schwimmend zu Wasser oder liegend auf Liegen. Gemeinsam sorgen wir vor und nach und bringen immer wieder Freude und Bewegung ins Leben. Wir sind Wegbestreiter, Profis mit Herz und stets für diejenigen da, die schon viel erlebt und noch mehr zu erzählen haben. Wir sind Küchenhelfer, Fitnesstrainer und Hundeflüsterer. Dabei, wenn neue Freundschaften geschlossen oder leckere Rezepte ausgetauscht werden. Wir bieten ein letztes warmes Zuhause und einen Raum für Leben und Besuche. In den schwierigsten Momenten sind wir einfühlsame Zuhörer und kümmern uns um eine würdevolle Begleitung bis zum Tod. Wir sind dabei. Ein Leben lang. Wir sind das Leben. Wir sind CTS.